Hallo liebe Fences und Fencesines. Hallo liebe Kumpels und Kumpelinerettetes. Jawoll, jetzt haben wir eine neue Woche. Ja, und haben gestern das letzte Zimmer fertig gemacht in der neuen Wohnung. Wow, das ist jetzt ganz toll. Muss ich euch mal zeigen. So, und dann, und dann, äh, muss man jetzt das nächste Zimmer machen. Da waren wir doch gestern noch in die Baumarktes und haben Tappeler Beete gekauft, ja. Und ich bin noch in meiner Lieblingsabteilung vorbei gesaust. Ja, und haben noch was für mich geholt in die Hunde, Katze, Tiere Abteilung in die Baumarkt. Ja, das mache ich immer gern. Ich gehe gerne in die Baumarkt. Aha, ja, müsst ihr auch machen. Oder in die Tierhandlung mit die Fressenappels. Ja, da gehe ich auch gern hin, ne. Da kann ich mitrennen und kann mir dann selber was aussuchen. Ist toll, ne. So, und für dieses Neue, der da liest, wo ich mir gestern, äh, gesucht hat, ausgesucht hat, hole ich mir heute paar mit in die neue Wohnung, damit ich was zu tun habe, wenn mein Frauli und mein Herrchen da als neue Zimmer anfangen zu tabellatieren. Ja, also so langsam habe ich mich an die neue Wohnung gewöhnt. Aha. Ja, und vor allen Dingen draußen an die Garten, ja. Also ist eigentlich ganz schön. Also ich finde das gut, wenn man dorthin verziehe. Aha. Ja, also Freunde, ich berichte euch morgen wieder, was heute so alles abgegeht ist. Und bis dann. Tschüss, euer Merlin.